Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder auf dem PTS. Heute wird es um ein Set gehen, das ich euch vorstellen möchte und zwar geht es um das Stürmer Set. Und da gab es ja schon allerlei Diskussionen, dass das zu stark wäre und dass das total overpowered wäre und dass überhaupt alle neuen Sets vollkommen zu stark sind und dass das alles Quatsch ist und so weiter und so weiter. Und der eine oder andere hat sich dann auch hinreißen lassen, gleich ein Video darüber zu machen oder sich darüber auszulassen, dass es alles Käse ist. Und ich möchte euch heute zeigen, warum das gar kein Käse ist. Und zwar zum allerersten werde ich euch mal eine Kleinigkeit hier im Dossier zeigen. Und nehmen wir mal den Underground und da werde ich euch einen Erfolg zeigen, den man machen kann. Und zwar, wenn ihr hier hinschaut, dann steht hier eben, dass man im Underground 10 Underground Missionen mit 10 Direktiven erfüllen muss und zwar auf Tier 10. Das heißt also Welttier 10. Wir spielen im Moment auf Welttier 5. Das seht ihr oben bei der Minimap, bei dem kleinen Globus Welttier 5. Und das bedeutet letzten Endes, ich kann auf Welttier 1 spielen. Da ist das Ganze dann natürlich sehr viel leichter. Und wenn man natürlich jetzt Welttier 6, 7, 8 und 9 und 10 spielt, dann wird es zunehmend schwerer. Und es wird auch zunehmend schwerer zu überleben. Es wird zunehmend schwerer, die Gegner zur Strecke zu bringen. Und was braucht man? Man braucht stärkeres Gear. Und zum anderen haben die Entwickler in einem Redding Post eben gesagt, dass sie das Gear auch schon darauf auslegen, für Update 1.8 eben da zu sein. Das heißt also, dass wir davon ausgehen können, dass mit 1.8 entsprechend schwere Missionen oder schwere Aufgaben auf uns warten, wo es einfach vonnöten ist, ein Gear zu haben, was uns eben auch entsprechende Überlebensfähigkeit und Schadensoutput gewährt. Im Übrigen bin ich hier in dem neuen Raum oder in einem der beiden neuen Räume hier auf dem PTS. Hier ist der Spezialausrüstungshändler. Hier ist der Blaupausenhändler. Und hier geht es rein, hier zum globalen Event. Und hier ist ein Typ, der mit dem globalen Event zu tun hat. Und da ist ein Typ. Aber da gehe ich dann nochmal gesondert drauf ein. Jetzt möchte ich euch ja ganz gern den Stürmer vorstellen. Und im Moment ist der Stürmer wirklich unglaublich stark. Und um euch zu zeigen, wie stark der Stürmer ist, werden wir jetzt ein kleines Experiment machen. Ich gehe allein nach klarer Himmel und werde das Ganze auf Heldenhaft stellen und werde mal im vorderen Bereich schauen, wie es denn da so in etwa ist mit der Heilung, was man da bekommt und wie es denn da so ist mit dem Überleben, was man so hat. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe es schon ausprobiert, sonst würde ich es hier nicht zeigen. Die Überlebensfähigkeit mit dem Stürmer ist auf Welttier 5 wirklich überragend. Es ist wirklich extrem, was man hier aushält und was man hier vor allem auch an Schaden machen kann, ist natürlich entsprechend hoch, weil ich hier mit nicht optimiertem Gier, das muss man ganz klar sagen, das Gier ist nicht optimiert, hier 7400 Schusswaffen habe, Ausdauer sind 5800 und Elektronik habe ich 3500. Und würde man jetzt natürlich als Full-DD spielen, dann hätte ich natürlich viel mehr Schusswaffen zum Beispiel und würde eventuell sogar mehr in Ausdauer investieren, denn der 6er-Bonus, den hatte ich ja in einem anderen Video schon vorgestellt, das werde ich euch auch am Ende verlinken, der 6er-Bonus greift natürlich umso stärker, je mehr Ausdauer ich habe und von daher wäre das schon mal eine ganz gute Sache. Ich haue mir hier kurz den Booster-Shot rein, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache und werde jetzt mal schauen. Ihr seht übrigens unten jetzt in der Anzeige, ich habe 37, 36, 35. Das ist meine Heilung, die ich bekommen kann hier. Und mal schauen, ich werde mal kurz hier hin, denn ich brauche ein bisschen... Ihr seht auch schon, wie meine Heilung hochtickt, also es ist wirklich schon extrem, was man hier an Heilung im Moment generiert. und gucken wir mal, dass wir den hier wegmachen. Ich wechsle mal auf die andere Waffe. Und ihr seht schon, hier geht es wirklich gut ab. Ich habe mir jetzt ein Moedi-Pack reingehauen, hier umläuft mich einer. Also man muss überlegen, ich spiele hier jetzt schon ziemlich aggressiv. Ich gehe die Gegner entsprechend an und ihr seht, wie hier meine Heilung hier nach oben tickt. Und das ist halt schon echt arg. Also auch so ein Typ, der mich hier ein bisschen umläuft, macht mich jetzt nicht unbedingt wuschig. Den mache ich jetzt auch weg. Und im Moment ist meine Heilung hier jetzt bei 100. Und entsprechend viel bekomme ich. Die Heilung sinkt im Übrigen nicht. Der ein oder andere hat sich da ein bisschen wohl täuschen lassen. Denn ich habe das jetzt auch im Stream mehrfach gehört. Wenn ich nebendran schieße, mache ich mal absichtlich, dann geht natürlich die Heilung nicht runter. Wenn ich aber nebendran schieße, dann geht mein Bonus, den ich auf den Schaden bekomme, sehr wohl runter. Also das heißt ihr, der baut jetzt eben auf, der Bonus. Und wenn ich nebendran schieße, dann ist der eben weg. Jetzt bin ich bei 9. Ich schieße mal kurz den Gegner ein bisschen an. So. Also ihr habt gesehen, die Heilung ist wirklich brutal. Ich bin immer noch jetzt hier bei 93. Von dem Stack, den ich eben hier aufbauen kann. Ich wechsle mal die Waffe. Die Bullfrog sprayt mir hier ein bisschen zu sehr. Für das, was ich euch zeigen will. Nehmen wir mal hier die LVOAC rein. Ah, 77 Heilung habe ich noch. So. Also ich habe jetzt meinen Bonus, meinen Stürmerbonus, den Schadensbonus jetzt auf 22 aufgebaut. Und wenn ich natürlich nebendran schieße, dann baut sich der auch entsprechend ab. Also es ist auch hier auf jeden Fall, auf jeden Fall so. So. Ihr seht mal, wie stark die Heilung eben nach oben tickt. Ich denke auch, das hat soweit gereicht, um euch zu zeigen, dass das wirklich enorm stark ist. Ich gehe mal hier in Deckung kurz. Und ihr seht, ich gehe gleich wieder hoch. Ich benutze gar keine Heilung. Ich kann mich hier also hinstellen. Und ihr seht, das heilt unglaublich stark dagegen. Was wird halt passieren, wenn man das Ganze auf Welttier 10 spielt? Ich würde vermutlich gnadenlos aufs Maul kriegen, auch mit dieser starken Heilung. Und dafür ist es eben ausgelegt. Okay, jetzt mache ich kurz noch hier die zwei Spacken weg. Und dann ziehe ich mich zurück, damit ich das Ganze hier schön zur Ruhe bringen kann. Ihr habt also gesehen, es wirkt also wirklich auf den ersten Blick so, als wäre es overpowered. Ist es aber, ja, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück, sonst schießen die mir hier die ganze Zeit in den Rücken. Und das will ich auch nicht. Okay. Also. Es wirkt in der Tat ein bisschen, ein bisschen overpowered. Ist es aber im Grunde nicht, wenn man eben bedenkt, dass man das Ganze auf Welttier 10 spielen soll, dann später. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, oh, was hält mich aber denn davon ab, auf Welttier 5 zu spielen damit. Es hält euch gar nichts ab. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich auf Welttier 10 spiele, spiele ich auf Welttier 10. Weil ich spiele jetzt auf Welttier 5. Und wann mache ich das denn mal, dass ich auf Welttier 1 umstelle? Das macht man normalerweise nie. Und ich kann mir eigentlich keinen Grund vorstellen, warum man es machen sollte. Weil, wenn man so weit ist, dass man wirklich auf Welttier 10 spielen kann, dann gibt es dort für die Leute das entsprechende Gier. Und alles andere wäre quasi Quatsch. Gut, ich habe euch gezeigt, dass das Stürmer-Set so, wie es im Moment ist, wirklich unglaublich stark heilt. Dass das Ganze, wie gesagt, nicht so ist, dass die Entwickler irgendwie zu doof sind, sondern dass sie eben vorausgeplant haben, dass das Ganze wohl für stärkere Herausforderungen gedacht ist, wie das, was wir momentan spielen können. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Update 1.7. Und ja, das nächste Set, was ich euch zeigen werde, ist wahrscheinlich das Wache-Set. Denn auch das ist unglaublich stark. Und schauen wir mal, wie sich das gibt. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr denn von der ganzen Sache haltet. Vor allem im Hinblick darauf, dass ja euch unterschlagen wurde, dass das Ganze für Welttier 10 gedacht ist. Und das dürft ihr natürlich auf keinen Fall verwechseln mit dem Gearscore. Der bleibt natürlich Gott sei Dank gleich. Auf jeden Fall noch bis 1.8. Und es würde mich wirklich interessieren, wie ihr das Ganze denn jetzt seht, nachdem ihr wisst, okay, das ist für viel schwerere Herausforderungen gedacht, wie das, was wir momentan spielen. Also immer rein damit in den Kommentaren. Und ansonsten könnt ihr nach wie vor meinen Channel supporten. Dafür findet ihr Links auch in den Kommentaren. Und am Ende gibt es dann jetzt auch gleich noch das Video, von dem ich gesprochen habe. Und dann bis demnächst hier in The Division. Euer Latan.